Norddeutscher Rundfunk Nathan? Nathan! Nathan! Ich hab meinen Sohn verloren! Hallo! Ist das Ihr Sohn? Da bist du ja! Bitte gern. Hallo! Haben wir Besuch? Was machen Sie denn hier? Mit deiner Gäste wundern wir uns ja weniger, nur die Schwarzarbeit ausgerechnet du. Ich zahle Ihnen nach Tarif. Wo kommen Sie endlich her? Albanien. Meine Frau hat zwei Jahre in Albanien gearbeitet. Sie ist glaube ich in Zügerwäuer. Und? Was sagt er? Warum hast du uns so viel Zeit gelassen? Du kannst doch jetzt nicht einfach hier auftauchen. 30.000. So viel hab ich nicht. Das gehört alles meinem Mann. Machen Sie Kredit. Du müsst doch alles kreditieren. Ich liebe dieses Kind. Die wird niemand glauben. Papa! Sag mal, hast du im Angebot bei uns zu übernachten? Ja. Du findest ihn attraktiv? Warum bist du nicht verheiratet? Du bist in der Austuung. Dann habt ihr einen Gast mitgebracht. Einen Gastarbeiter. Ja. Ein Parasite. Du hast nichts. Du bist nichts. Du weißt nicht alles von deiner Frau. Willst du etwas verzeihen, wenn... Wenn du es auch nicht verstehst? Nimmst du ihm, was du willst? How? Untertitelung. BR 2018